moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute ist das 500 abonnenten special wie auch schon oben im titel steht und ich habe gesagt dass ihr mir im vorletzten video also zum info video zu dem 500 abonnenten special konntet ihr mir fragen stellen und ich werde die fragen jetzt beantworten als erste frage haben wir wie alt bist du ich bin 14 jahre alt als zweite frage kannst du dich mal zeigen zeigen werde ich mich aus dem grund nicht wegen privatsphäre und ja halt allgemein ich möchte zum beispiel nicht irgendwie auf der straße irgendwie angesprochen werden ich hoffe ihr versteht das bist du mit jemanden zusammen ich hätte gesagt heute das war für den 500 abonnenten special ich werde euch jetzt noch ein paar clips blenden zu den besten momenten oder allgemein zu den momenten die wir überhaupt hatten in der letzten zeit bis zu den 500 abonnenten ein kleines best of werdet ihr noch sehen und ja ich wünsche euch da viel spaß mit und ja ich hätte gesagt wir sehen uns dann im nächsten video oder im nächsten live stream ich sage schon mal ciao und jetzt auch viel spaß mit dem best of abonnenten so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020